So, nun geht mal dazu hin, dass ich das erstmal knipfen. Opa knipst auch. Dann geh Opa auch mal dazu. So, dann will ich dir ja, solange ich den verfolgen kann. Wo ist die Gerda denn? Die sollte da, naja, wenn sie nicht will. So, dann, ja, denn von mir aus, denn wer gibt das Startzeichen? Ich. Ja, dann lass sie los. Oh, da geht er in die Luft. Oh, oh. Oh, lass den mal, wenn der über den Fallwild weggeht. Dann steigt der auch noch. Der steigt noch. Oh, jetzt ist er hinter den Büschen, da muss ich nochmal. Jetzt meinen die alle, als wäre eine Drohne. Ja, genau, du, jetzt kriegen wir bald, da gibt's einen Anruf hier. Jetzt ist ja im August mit meiner Mutter. Sie wollte dann Norwegen, weil das unten Skandinavien kennt, das ist also für sie ganz unbekannt. Und dann sagt sie, dann fahren wir mal hin. Dann haben wir eine AIDA-Kreuzfahrt dahin gebracht, waren dann auch in Starwanger. Und dann, wenn wir mal angelegt haben, jeden Tag sitzen die andere Leute mit am Tisch, sagte dann einmal, einmal, so, heute hab ich auch ein Bier getrunken, das hätt ich eigentlich sparen können. Ich hab für ein Glas 14 Euro bezahlt. Da hat sie dann geglaubt. In Neuseeland ja auch. Wir wollten dann einmal ein ordentliches Bier trinken. Und dann haben wir noch nicht mal in der Gaststelle servieren lassen, sondern so eine Art Kiosk, ne? Und wo man dann so gespannt ist. So Stehrestaurant, also stehen. Fünf Jahre will auf jeden Fall. Nächsten fünf bis zehn Jahre bleibt er noch in der Arbeit. Ja, also Karlsruhe wäre mir lieber gewesen. Eine schnelle. 200 Stunden. Aber so kommt, macht er dann auch mal im Ausland Urlaub immer. Genau. Das ist doch auch schön. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.